... von Personen für das Priester der Gemeinden, auch als Gebäude, immer sehr wichtig. Also es gab eben diese Geschichte, dass die Gemeinde in Pesaki ein gesamtes Kircheninventar mit nach Pesana auf den Weg genommen hat, wo es halt in der heutigen Kirche auch immer noch steht. Und die Bedeutung von Kirche für die Gemeinden war etwas, worauf sich fast alle Interviewungen einigen konnten. Und es sehr wichtig für sie gewesen ist, während der Vertreibung zum Beispiel die Schütze ihres Priesters dabei zu haben. Und auf der anderen Seite ist Kirche aber auch ein Thema, an dem sich die Meinungen spalten, dass es halt Streit darüber gibt und gab, wie mit Kirchenbauten umgegangen wurde, wie sie tatsächlich zerstört wurden, sind, wo es auch immer unterschiedliche widerstreitende Themen zu gab. Und das kommt eben in den Zitaten auch ganz gut raus. Und das seltskünfte Thema ist Beziehungen. Einmal in einem positiven Sinne, dass eben der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft sehr, sehr wichtig gewesen ist. Vor allem in diesem besonderen Fall der Polen, die nach Pesana gekommen sind, die gesagt haben, dass die Pflegeholfenheit und die Dorfgemeinschaft aufrechterhalten wurde, was eben keine Selbstverständlichkeit dargestellt hat. Und dann auch Beziehungen in einem negativen Sinne, da schon gerade in den Interviews mit den polnischen und ukrainischen Vertriebenen wohl häufig thematisiert, wie die Beziehungen zwischen Bevölkerungsgruppen im Laufe sich im Laufe des Krieges verschlechtert haben. Und somit dann auch als Erklärung angestellt wurden. Das Thema Perspektiven habe ich gewählt, weil in fast allen Interviews das heutige Leben ist, gingsweise ein Ausblick in die Zukunft oder eine Art von persönlicher Also reci registriefst diese Ort gerade auch ausdrücklich nur fundamental auch dem Unternehmen auf Kontrast oder erstellen, Und dann auch wieder mal in der Ordnung an 185-2012-702-25-241,